So, Elliot, heute ist der große Tag gekommen. Heute ist die Schlacht gegen die Jäger. Und, fühlst du dich bereit? Nicht wirklich, Bug. Nach dem Unfall mit Ian bin ich ganz unsicher. Am besten wir geben uns gleich geschlagen und lassen uns abknallen. Ah! Für diese Antwort sollte ich dir eigentlich eine runterhauen. Begreif es doch, Elliot. Wenn wir uns jetzt geschlagen geben, hört das nie auf. Die Jäger werden dann nie aufhören zu jagen. Hast du recht, Bug. Alles klar. Ich ziehe in die Schlacht. Aber nicht ohne mich. Ian! Ganz richtig. Die Tierärzte haben mich wieder zusammengepflegt. Jetzt bin ich bereit, gegen die Menschen zu kämpfen. Alles klar. Dann gibt es jetzt keinen Kommen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hey, ihr Waldstiere. Wie geht es euch? Ich habe so eine kleine Überraschung für euch. Guckt in meine Flinte rein. BAU! BAU! BAU!